jetzt nicht daneben schießen ich fasse es nicht, jetzt wo es darauf ankommt mit 74% das kann jetzt noch ziemlich schrecklich ausgehen eine Akkette brauchen wir meine Freunde das sieht nicht gut aus oh was mache ich jetzt oh oh, was mache ich jetzt oh oh, jetzt bin ich am Arsch jetzt bin ich am Arsch könnte gleich ungemütlich werden, Strike One X-Rays bewegen sich auf ihrer Position zu okay, ich glaube, das kann ich nochmal laden eine Granate, ist klar ach, und da droppt noch mehr runter, okay, darauf sollte man sich ein bisschen besser vorbereiten, wenn man da durch geht denn hinter den Tönen lauert wirklich die Hölle oh mein Gott das ist ja eine Schrecklichkeit das ist ja nicht mehr witzig das ist ja nicht mehr witzig vor allem habe ich gerade eigentlich nicht meine die Flammenfähigkeit eingesetzt okay, der ist wieder Amateur okay, der ist wieder Amateur Wir können uns kein Bild von dem Ding machen Seine Bewegungen sind so unbeständig Oh mein Gott Guten Abend Wo kommt er denn her Oh Hi Ja Tag Möchtest du bitte aus meinem Gesicht gehen Das muss ein Scherz sein Wie soll ich das denn jetzt wegkriegen Schauen wir uns Das kriegt doch niemals tot das Ding Warum habe ich keinen Nahkampf gemacht Moment kurz Hallo Das war die völlig falsche Seite Wir können uns kein Bild von dem Ding machen Seine Bewegungen sind so unbeständig Geferde deine Chance zu zeigen was du drauf hast Er lebt zwar noch Aber damit war zu rechnen Er sieht ihn jetzt nicht Weil Felder im Weg steht Ernsthaft Gehebe mich auf Position Okay jetzt sieht er wieder Okay Und Commander Shepard reißt das jetzt bitte Das gibt's nicht Oh das explodiert Oh shit Oh shit Oh kacke Verdammt Möchte das aber ziemlich gerne schaffen Die Mission Okay Okay machen wir erstmal das da weg Er sieht den da hinten nicht Das muss ein Scherz eigentlich schon sein Das ist das doofe wenn man mit einer Cyberdisk in Nahkampf wird Hab ich gerade gemerkt Du deckungsfeuerst ihn mal Könnte gleich ungemütlich werden Strike One X-Rays bewegen sich auf ihre Position zu Das wäre jetzt auch ein Witz gewesen Hätte der auch noch getroffen Okay zum Glück haben wir den Bedarfus Oh Zum Glück kommt da noch jemand Der Party will Feldpasten Was war das? Korrektyrui Ogon Jetzt hat er keine Mut Okay das ist jetzt relativ nützlich Ähm Okay Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren Damit ich hier unsere Leute Leben wieder rausbringe Kannst du den Typen mal vielleicht wegsnipen? Jawohl Guter Schuss Dann hat sich das schon mal erledigt Mit dem Flammenwerfer kann ich den kleinen Sektuiden Mistkeller ausschalten Wenn man in die Kamera vorgeht Auch gut Feuerebrandbeschleuniger Was ist an dem Ding beschleunigt Allerdings muss ich das Fee jetzt noch irgendwie ausschalten Gut Sehr gut Der Geheldung ist immer noch ein bisschen am Arsch Und der sollte nicht sterben Wenigstens der nicht Du hast schon geschossen? Du kannst ja nicht durch Weil es da brennt Ja klasse Das ist ja toll Jetzt muss ich warten bis es aufhört Da zu brennen Das kommt ja nämlich nicht durch Durch Sehr gut Er kann auch nicht da dran gehen Weil es um das Teil da brennt Geil Ja klasse Ich gehe auf die Karte So warte Einmal zurück zum Drachen Kann ich das jetzt ausschalten? Kann ich jetzt bitte? Nein, dann kannst du nicht ausschalten Dann willst du auch ein bisschen Aumbau nach Okay, als Aufgabe zu brennen Was hat denn die Aufgabe zu brennen? Ich möchte da durch Ich möchte da doch nur durch Verbesserte Feuerkontrolle Ah, ist halt aufgehört Okay, gut Noch nicht deaktivieren Okay, danach haben wir noch zwei Dinge Das werden wir ja hoffentlich hinkriegen Soll ich schon deaktivieren? Ich glaube ich warte noch mit dem deaktivieren Kann man eigentlich die Panzerung seiner Max verbessern? Weil Am Ende ist das, was die ja jetzt als Leben haben, gar nichts Damit die normalen Soldaten mehr leben Schon unterwegs Als die Muss es hier eigentlich Noch eine Leitung da angelegt Jetzt müssen sie nur noch zwei deaktivieren Wie habt ihr raten, Leute Feindverbände nähern sich Cool bleiben Okay, kein Ding Die Kamera ist gerade fernab der Action Okay Nein, nein, nein Okay, jetzt Ganz vorsichtig Nicht die Tür öffnen Das wäre fatal Vielleicht schauen wir hier sogar noch Ein Alien zu fangen Diese Mission Bin unterwegs Die bezweifelt zwar stark Weil alle meine Leute so gut getot sind Aber das hat mich ja nie aufgehalten, oder? Okay Die sollen da herkommen Aber wahrscheinlich werden sie das nicht tun Guck mal, was du siehst Egal, was Ähm Nichts 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 Leute, wo seid ihr? Watt 5 Ähm, wo sind die Dieses Einsatzgebiet könnte gleich ziemlich heiß werden Feinde, man marsch Ah Moinsens It's a trip Wie kannst du da daneben schießen? Das ist nicht sehr toll Ziel nicht ausgeschaltet Oh mein Gott Er geht gerade in die schlechteste Deckung seines Lebens Das ist noch nicht mal Deckung, mein Freund Ich glaube, er hat den Sinn und Deck Äh, Sinn Den Sinn und Deck Den Sinn und Zweck von Deckung nicht verstanden Und Bedürfers hat den Sinn und Zweck von Treffen nicht verstanden Keine Der ist im Feldposten So, die haben wir nie gestört Gut, er ist nun im Feldposten Flame Away Das erinnert mich an den epischen Triple Kill Drei Leute geflankt Bestätige Bestätige Er ist doch kein Feldposten Wenn man da nicht auf die Runde geschossen Ohhh! Das hätte auch ins Auge gehen können mein Freund. geringstens ein bisschen durch ein Deckmobil, Idiot. Feldung sollte sehr, sehr vorsichtig sein. What? What? Fällt er mit der Töte hin, weil sonst bist du tot. Oh mein Gott. Ausweichen. LOL. LOL. So ein Lucky Shot. Lass mich mal kurz automatisch sprechen. Äh, laden. LOL. So darf es nicht enden. Okay. Dann wird es halt doch so enden. Damn. Man kann ja nicht immer laden. Man muss ja auch mal akzeptieren, was passiert. Damn. Verdammt. Oh, what? Hä? Jetzt hat er Wummer. What? Was will der von mir? Der Rechel, der Rechel, der Rechel, der Bruder. Ich brauche bald feine... Ich brauche bald feine Munition, wollte er gerade sagen. Okay, lass uns schnell die beiden Dinger ausschalten. Schaut dann ab. Schnell die beiden Dinger deaktivieren und dann abhauen. Ganz schnell. Leitung lahmgelegt. Jetzt bleibt nur noch einer. Ich wollte die Leitung nicht lahmgelegt. Dann gehört das Schiff uns. Ich wollte es gar nicht. Toll, jetzt ist da Feuer. Oh yeah. Jetzt ist da Feuer. Ich hasse euch. Ich hasse euch egal. Also euch nicht, aber... Also eine Granate. Ha! Es klappt sogar. What the fuck macht der Schiff, bitte? Bitch. Verdammt. Und beim letzten... Ich bezweifle allerdings, dass es in den Hangar passt. Ja. Das bezweifle ich auch. Verdammt. Aber im letzten Alien verlieren wir den Virensack. Zum zweiten Mal. Da, der Virensack hat echt kein Glück. Je größer, desto besser. Finde ich auch. Verdammt. Aber die Mission hätte weitaus schlimmer verlaufen können. Und das alles für zwei Wissenschaftler und zwei... Äh... Ingenieure. Das ist ja eigentlich... Nicht wirklich... Äh... So lohnenswert. Speichererwartung. Okay. Nehme ich mal das hier, weil wir haben gar keinen hallender Nebel oder so. Trupp-Sicht. Du bist ja Trupp-Sicht-Typ. Überlebenswille ist auch gut. Wir haben Fusionslinse gut. Atom-Lenk-Raketen-Wirfer auch gut. Cyber-Disk-Autopsie auch sehr gut. Auch wenn wir Autopsie haben, wie gesagt, erst am Ende der... Wir bleiben in Kontakt, Command. Und so machen werden. Weil die Fusionslinse... Okay, wir haben... Wir haben viel Zeug. Okay, der Atom-Lenk-Raketen-Wirfer braucht 30 Tage? Und das braucht 23 Tage? Heben wir uns vielleicht für später auf. Wenn wir mehr Leute haben. Und wir haben leider unseren ersten Mech verloren. Den wir sobald... Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten... Die sind 125. Die sollte man aber nicht verkaufen. Weil die sind wirklich selten. Aber wo nicht verkaufen? Ich verkaufe mal wieder einen Illinav-Computer. Und dann ganz schnell... Dann beende ich auch die Aufnahme. Soldaten optimieren. Machen wir nochmal einen. Der da wäre... Shungo, Shanga, Dangasang... Wie auch immer er heißt. Vielleicht. Die Irgendeine, die nicht so viel gelevelt wurde. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Warte. Vielleicht. Ich nehme einfach mal einen, den ich noch nicht individualisiert habe. Landon Wilson. Du bist doch der perfekte Kandidat. Landon Wilson. Soldaten optimieren. Verstanden, Commander. Wir implantieren die Interface-Module für den Cyberanzug, sobald die nötigen Gliedmaßen amputiert wurden. Ja, der arme Typ. Und den Mech-Anzug müssen wir auch neu bauen, ne? Kacke. Ah, ne, der ist nur beschädigt. Okay, den haben wir sogar behalten. Wie bedeutet die Forschung fehlt? Okay, nein. Neun brauchen wir erstmal nicht. Ach, der Sicherheitsstrakt ist eh noch nicht fertig. Deshalb werden eh keins gefangen nehmen können. Okay. Dann machen wir nochmal... Und kurz bevor es fertig wird. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Olo-Globe. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Ich würde mal sagen, es geht nach Indien. Aber das erst in der nächsten Aufnahme. Was gibt es? Nein, lass mich kurz gucken, was es bei Indien gibt. 200 Euros. Ja, Indien wird unser nächstes Ziel sein. Weil Kanada hat jetzt die Hilfe nicht so nötig. Und Argentinien können zum Arsch vorbeigehen, weil die gleich Satelliten kriegen. Wäre auch toll, wenn die das nochmal fast voll kriegen würden. Weil Satelliten kriegen die eh. Das steht schon total fest. Hartz bricht in zwei Wochen. Okay, ich speichere noch einmal. Wie oft habe ich jetzt gespeichert? Innerhalb fünf Minuten. Und kurz bevor der Alien-Sicherheitsakt fertig war, dann hätten wir vielleicht in dieser Mission mal Aliens gefangen nehmen können. Nee, da muss ja noch ein scheiß Ding kommen. Okay. Ihr seht gleich den Bedolfus, der die nächste Aufnahme macht. Der wahrscheinlich der gleiche sein wird wie ich. Außer es ist an meiner verliegenden Klone. Was ich nicht hoffe, weil ich habe keine Klone. Warum sage ich dann? Ach, egal. Tschüss. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Bei XCOM Enemy Unknown. Oh nein, wer ist denn unser Enemy? Ich weiß... Was? Da ging gerade die Dramatik mit mir durch. Ähm, okay. Ähm, was steht denn alles an? Ich habe jetzt schon ein bisschen nicht mehr gespielt. Eintag. Und ja, trotzdem alles vergessen. Ah ja, ich glaube, eine Entführung stand an. Und wir wollten nach Indien, genau. Das sind die Indien, die du auf der gerade zeigt. Das war nämlich unsere Base. Genau, Argentinien brauchen wir nicht. Das kriegt jetzt eine Schlittenabdeckung. Ist nicht so wichtig. Kanada gerade, die haben nicht so viel Panik. Oder? Kanada und so hat nicht so viel Panik. Nee, Nordamerika hat fast überhaupt keine Panik. Die können mal ein bisschen Panik vertragen. Die fühlen sich da voll in Sicherheit. Die haben auch noch nichts abbekommen, oder? Die haben wirklich nichts abbekommen. Oh, Nachrichten lesen. Warte mal. Die rätselhaften Objekte, die beim Sturz auf die Erde beobachtet wurden, sind immer noch nicht identifiziert worden. Sie sind bestimmt nicht, um Leute zu entführen da, oder so. Nee. Eine Mobilmachung des brasilianischen Militärs in der Nähe des Regierungssitzes weckt Angst vor einer ausgewachsenen Invasion durch die Außerirdischen. Alter, Australien hat sich zurückgezogen. Was sind das eigentlich für Arschlöcher? Die mexikanische Regierung ließ verlautbaren, sie wollen Berichte über einen Angriff von MEK-Infanterie auf Alien-Truppen nicht kommentieren. Die Ausrüstung sollte direkt an das Forschungsteam weitergegeben werden. Die Mexikaner. Angriff von Soldaten auf Aliens am Ufo-Landerplatz beobachtet. Die japanische Bevölkerung hofft auf eine schnelle Reaktion ihrer Regierung auf die Bedrohung. Durch Außerirdische Alter, wie lang? Warte, wir machen sofort weiter. Ich möchte jetzt nochmal einmal das... Genau. Nee, das war's doch nicht. Mysteriöses... Dieses eine, was ganz am Anfang gerade war. Mysteriöses Fluggerät landet mitten im Flug auf Alien-Schiff. Nachvolle Gefechte überprüftet. Das will ich. Sie können einfach Alien-Leichenteile als Souvenir mitnehmen. Das ist Ihnen die Vorschriften. Allerdings. Okay, Indien, wir retten dich. Okay, ah ja. Wir haben 50 schwere Leute, fällt mir wieder ein. Und, Moment, bevor wir loslegen, kann ich aber vielleicht einmal kurz Soldaten individualisieren. Also tue ich das kurz. Bis gleich. So. Es ist vollbracht. Halbwegs. Ich habe erstmal nur zwei, glaube ich, gemacht. Und zwar zwei, die wir auch mal ab und zu benutzen. Ähm, wo ist Kaserne da? Nämlich zum einen... Zum einen den Robo-Cop, der gerade in der kybernetischen Optimierung ist. Dann passt es noch mehr. Der wird nämlich gerade zum richtigen Roboter. Ich finde, der Helm sieht wirklich ein bisschen so aus. Wie der Robo-Cop-Helm. Wunderbar, auf jeden Fall. Der wird zum Mech gerade gemacht. Dann, wen haben wir noch? Ach, das ist die falsche Richtung, glaube ich. Nachher vorne am Robo und nachher am Kopf. Indiana Jones ist irgendwie noch nicht ganz fertig. Der sieht nämlich nicht so ganz so aus wie Indiana Jones. Und beziehungsweise Harrison Ford. Close enough. Passt schon. Der sah überhaupt nicht so wie... Ach, egal. Die sehen alle nicht so aus wie die, die sich so aussehen sollen. Am nächsten Rand kommen noch Samus Erwin und Robo-Cop. Okay, aber wir wollten eigentlich nach Indien. Seinen Ausflug. Haben wir keinen Mech, der mit kann? Ah ja, Virensack ist gestorben und Feldo ist in der Verwundung. Auf der Krankenstation. Nicht allzu vorderloft. Ja, drei Schwere müssen wir mitnehmen. Weil wir andere nicht haben. Warte, der Anruf ist auch verwundet. Die sind alle verwundet. Okay, Samus Erwin können wir noch mitnehmen. Einer von euch muss einen Laserbräer kriegen. Wie ist er einfach... Alle... Ähm... Den haben wir noch. Den nehmen wir noch, was er gesagt. Den nehmen wir noch einen Rookie vielleicht. Abdullah Barabaraba. Kommt nochmal mit. Der Sicherheitstrakt ist immer noch nicht fertig. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich den Puls-Bogen mitnehme. Medikit... Du nimmst mal dein Medikit her und nimmst eine Granate. Oder einen Scope. Eine Granate, Robo. Dann nimmst du das Medikit. Und wir haben noch Scopes zu vergeben. Du kriegst einen Scope statt einer Weste. Du kriegst... ...ne Weste statt einer Granate. Und du kriegst... Oder kriegst du einen Scope oder wo? Bringt ja an sich nicht so viel. Ich glaube, ich stelle noch einen Medikit her. Weil wir haben keinen einzigen Unterstützer. Oh. Wir können ja schon Schadenrüstung machen. Wie viele machen? Nicht genug Geld. Okay, ich verkaufe gleich mal kurz. Nachdem ich noch einen Medikit... Wir brauchen Unterstützungssoldaten, aber wir kriegen keine. Richtig. Abfuck. Entschuldigung. Ich fluche voll viel in diesem Let's Play gerade. Fusionskern. Nein, die verkaufen wir nicht. Die brauchen wir noch. Ganz dringend. So. Und jetzt... ...stellen wir einfach mal... ...6 her, vorsichtshalber. Oh, es ist teuer. Okay, Legierung. Wir haben 700 Legirium. Äh, Legirium. Genau, eine Mischung aus Legierung und Elerium. Nein, wir haben 700 Legierung. Oder 700 was noch. Ja, und 400 Elerium. 410 sogar. 90 Meld. Alter. Habe ich jetzt ein Medikit? Ja, habe ich. Wollte schon sagen. Habe ich das jetzt vergessen herzustellen? Ähm. So. Schadenrüstung. Diese Körperpanzerung wurde nach dem Vorbild der Legierungen entwickelt, die am Raumschiff der Aliens eingesetzt wurden. Sie sollte leichter und stärker sein als alles, was wir früher verwendet haben. Standard ist ja natürlich blau mit der Rüstung. Jetzt muss ich irgendwie wieder braun machen, weil ein braunen Hut war auch. Mit dem Hut kann man aber auch Cole Phelps oder so oder William Carter, dem der Hut hier eigentlich gehört. an dem William Carter ist ja ein, uh, neues Ding. William Carter ist ja ein Heldencharakter. Ich weiß gar nicht. Kennt man die Heldencharaktere? Ich kenne ja gleich vielleicht einmal, alter wie hier episch die aussieht. Heldencharaktere sind nämlich, wenn man Leute bestimmt, äh, nach einem bestimmten Namen gibt, dann, ähm, werden die zu Heldencharakter, also dann sind das Heldencharaktere. Und, alter, einfach diese fette Rüstung. Und ja, diese Heldencharaktere sind eigentlich ganz lustig. Auch wenn ich sie noch nie benutzt habe, weil man kriegt keine, oh was, ich wollte ja eigentlich nur eine Schalenrüstung geben. Es gibt nämlich dann keine Schiefungsmehr, wenn man das macht. Also ich habe jetzt gerade total scheiße erklärt, ich zeige es einfach mal. Okay, man kann die Armpolster wieder verändern und die Schalenrüstung ist einfach dieses Ding da noch wieder, was man nicht verändern kann. Krasser Scheiß. Und der Helm passt einfach überhaupt nicht zu der Rüstung. Deswegen gebe ich mir ja selber jetzt mal einen anderen Helm. Und ich habe vergessen, wie gar nicht unter der Maske aussehen. Bestes Gesicht ever. Das passt alles nicht. Die Rüstung ist einfach mies. So, der passt nix. Vielleicht, der Skelettkopf, der passt vielleicht noch am ehesten. Dann passt aber die Farbe nicht. Dann brauchen wir auch wieder eine andere Farbe. Das ist fast die Leiche noch ein bisschen dunkler. Komm, sie sehen wir. Ach, das ist Standard. Ach, scheiß drauf, dann nehmen wir halt doch den alten Helm. Die anderen sind einfach alle kacke. Oder passen jedenfalls nicht. Die sind nicht kacke, aber die passen überhaupt nicht. Oder ich gebe mir einfach eine andere Fratze. Eine, die halbwegs besser aussieht. Dann gebe mir dann gar keinen Helm. Das war der frühe Wanderung für Kopfball. Ohne, der muss sie gucken. Ach nee, der andere, der Helm ist mein Markenzeichen fast schon. Dann nehme ich halt doch den Helm. Dann habe ich halt nur die Farbe geändert. Warum haben die keine Arme? Warum haben die sowieso keine Arme? Was macht das für Sinn? Was macht das für Sinn?